Während durch die Massenmedien Ängste in der Bevölkerung vor dem Nicht-Impfen verbreitet werden, schweigt man über die massiv gesundheitsgefährdenden Impfzusatzstoffe. Dieses Video wurde entfernt, weil es gegen die YouTube-Richtlinie zu Spam, Petro und ihre führende Werbung verstößt. Daher wurde der Zugriff auf dieses Konto gesperrt und ist erst wieder zwei Wochen nach Bestätigung des Erhalts dieser Nachricht möglich. Vermeide weitere Verstöße, weil dies zu einer Kündigung deines Kontos bzw. deiner Konten führen könnte. So wurde der YouTube-Kanal von Medienklagemauer.tv für mehr als zwei Wochen gesperrt. Vom 28. Juli bis zum 13. August 2014 konnten keine weiteren Videos mehr von Medienklagemauer.tv hochgeladen werden. Und dies nicht etwa wegen der Verbreitung pornografischer Inhalte, dem Verstoß gegen Urheberrechte, der Verhetzung gegen Minderheiten oder sonstigem rücksichtslosen Verhalten, wie es die YouTube-Richtlinien unter Strafe stellen. Nein, diese harmlose Sendung aus dem Jahr 2013 mit kritischen Zitaten von Gegnern der Impfindustrie und Fakten über Risiken und Nebenwirkungen des Impfens bewirkte die Sperrung des Kanals und wurde von YouTube per sofort gelöscht. Sollte innerhalb der kommenden sechs Monate nochmals ein Video gegen die Richtlinien verstoßen, werde der Kanal für immer gesperrt, droht YouTube radikal. Es drängt sich die Frage auf, ob es sich bei dieser Zensurmaßnahme lediglich um einen Vorwand handeln könnte. Wie lässt sich die Blockierung eines unproblematischen Videos, das zuvor über ein Jahr lang keinen Grund zur Beanstandung gegeben hat, denn sonst erklären? Ein anderes Motiv ist viel wahrscheinlicher. Klagemauer.tv hat sich in den vergangenen Monaten, insbesondere durch die berisante Berichterstattung zum Ukraine-Konflikt, mächtige Gegner geschaffen. Täglich berichteten wir kompetent und aktuell über die Geschehnisse und ließen dabei stets wichtige Gegenstimmen zu den kriegstreibenden westlichen Massenmedien zu Wort kommen. Unser YouTube-Kanal erfreute sich zunehmend großer Beliebtheit und die Zahl der Abonnenten verdreifachte sich seit Jahresbeginn. Tausende neue Abonnenten kamen alleine in den letzten Wochen dazu. Aus 202 Ländern wurden unsere Sendungen bislang verfolgt. Ein Dorn im Auge derer, die die Völker Europas gegenwärtig auf einen Krieg gegen Russland einschwören wollen. Es ist darum vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis unser Klartv-YouTube-Kanal definitiv gesperrt sein wird. Doch die Zensur droht allen freien Aufklärern auf YouTube, denn Anfang 2014 hat Google die obersten Zensurrechte für YouTube an die britische Regierung abgetreten. Diese plant bereits die Einführung eines Filters, der neben pornografischen und gewalttätigen Inhalten auch angeblich extremistische und esoterische Beiträge sperren soll. Was unter den Begriffen extremistisch und esoterisch zu verstehen ist, bleibt fortan ganz der Willkür einer sogenannten britischen Regierung überlassen. Liebe Abonnenten und Freunde unseres YouTube-Kanals. Wie ihr seht, steht es gar nicht gut um unseren Kanal. Aufgrund schwammig formulierter Drohungen und einer noch laufenden Kommunikation mit YouTube werden wir die nächsten Tage noch nichts weiteres auf diesen Kanal hochladen. Wir wissen leider keinen Tag im Voraus, wie lange es uns hier noch geben wird. Denn es ist durchaus nicht das erste Mal, dass wir von YouTube Einschränkungen und Drohungen erhielten. Wenn ihr auch im Falle einer totalen Sperrung unseres Kanals weiter mit uns in Kontakt bleiben möchtet und über unsere Sendungen und Berichte informiert werden möchtet, so abonniert doch noch heute unseren Medienklagemauer Newsletter. Ich buchstabiere euch kurz einen Link, wie ihr zu eurem Newsletter-Abo kommt. www.klar.tv-newsletter Habt ihr es euch schon notiert? Ansonsten haben wir euch den Link auch noch unten in die Videobeschreibung kopiert. Da auch unsere eigene Website www.klar.tv zunehmend unter Zensurmaßnahmen und Angriffe verschiedenster Art gekommen ist, empfehlen wir euch darüber hinaus auch an unserer Umfrage teilzunehmen, mit der wir gleichzeitig auch ein internetunabhängiges Informationsnetzwerk aufbauen. Datenschützer warnen zu Recht, dass die Europäer wie Schlafwandler in die totale Zensur torkeln. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Falle auch in Deutschland zuschnappen wird. Wir von unserer Seite sind auf diese Warnung eingegangen und vernetzen uns auch internetunabhängig. Sichert euch euren Platz unbedingt rechtzeitig in der YouTube- und internetunabhängigen Vernetzung, indem ihr in unserer Umfrage teilnehmt. Ich buchstabiere euch den Link zur Umfrage www.klar.tv-umfrage. Wir haben euch auch diesen Link unten in die Videobeschreibung kopiert. Nutzt doch die Zeit für diese Vernetzung, bis wir unser Sendeprogramm hier auf YouTube fortsetzen. Besucht doch so lange auch unsere Original-Webseite www.klar.tv. Wir sind dort nämlich auch in den vergangenen 15 Tagen sehr aktiv geblieben. Aus dieser Zeit empfehlen wir euch ganz besonders den Film vom 1. August 2014, Ukraine, Klarheit im Vorhof der Hölle. Der Link dazu ist www.klar.tv-3792. Bitte verbreitet diesen Film. Er ist allerdings nichts für Kinder. Und seht euch auch die Sendung vom 11. August an, Massenmedien auf dem Prüfstand. In dieser Sendung fassen wir umfänglich all die Stimmen und Gegenstimmen zur Ukraine-Krise zusammen. www.klar.tv-3883 Liebe YouTuber, verbreitet dieses Video, damit wir eben nicht wie Schlafwandler in die totale Zensur tockeln. Bis bald!